Hallo zusammen, mich hier ist wieder heutzutage und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und heute würde ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir uns hier in Bastion von einem Rare erbeuten können. Und zwar sind wir hier unten auf den Koordinaten 53, 87 und hier haben wir den Rare Mob, beziehungsweise mehrere Rare Mobs, der Rat der Aufgestiegenen. Das sind insgesamt 5 an der Zahl und diese 5 Rare Mobs müsst ihr auf 15% live runterboxen und dann hinterlassen sie euch netterweise eine Kiste. Und in dieser Kiste wiederum kann dann ein Mount drin sein zu einer Drop Chance von 5% und zwar schimpft sich dieses Mount aufgestiegene Himmelsmähne. Und ja, ich hatte Glück, habe das jetzt beim zweiten, dritten Try erbeutet, habe das jeweils mit zwei Chars gemacht, bei 5% kann ich jetzt hier schon von Luck sprechen. So, jetzt ist aber die Geschichte, wir können da nicht einfach hingehen und den Rare Mob umboxen, sondern wir müssen diesen Rare Mob einmal beschwören. Wie funktioniert das? Wir haben hier 5 Glocken im ganzen Gebiet verteilt und diese 5 Glocken müssen ziemlich zeitgleich geläutet werden, beziehungsweise gut, ihr habt einen Abstand von, oder ihr müsst es innerhalb von einem Zeitraum von 5 Minuten, nachdem die erste Glocke geleuchtet wurde, müsst ihr alle 5 läuten. Die sind ein bisschen verteilt und das Problem ist, diese Glocken haben eine Respawn-Zeit zwischen 1 und 2 Stunden. Dementsprechend, wenn da irgendwer rumläuft und diese ganzen Glocken läutet und die weg sind, dann müsst ihr halt warten, bis die nachspawnen oder das auf einem anderen Server zu machen. Ich habe jetzt hier ein Add-on, das schimpft sich Handy Nodes Shadowlands und das zeigt mir hier die Positionen an. Und zwar haben wir die erste Glocke hier an der Spitze der Reinheit, die zweite Glocke ist hier oben, ein bisschen über dem Tempel der Demut, die dritte Glocke haben wir hier oben an der ewigen Schmiede, dann haben wir hier die vierte Glocke, Zitadelle der Loyalität und die letzte haben wir hier am Tempel des Mutes. Wir werden die nachher auch nochmal einzeln ablaufen, dass ihr seht, wo die genau sind. Jetzt aber erstmal hier soweit nur die Info. Wie geht ihr jetzt vor, wenn ihr den Rare machen wollt? Wenn dann, ihr joint einfach in eine Gruppe rein, wo dementsprechend schon die Leute sich verteilt haben, stellt euch einfach hierher und haut den Rare-Mob mit um, lootet die Kiste und habt das Mount oder nicht oder ihr bastelt selber eine Gruppe und müsst halt erstmal auf eurem Server checken, okay, sind die Glocken da, reitet halt so ein bisschen mal die Glocken ab, schaut, ob sie da sind, sucht euch dann ein paar Kollegen, geht ins Tool, erstellt eine Gruppe und schaut, dass dann dementsprechend genug Leute da sind, die auf die einzelnen Glocken gesetzt werden. Ich kann euch empfehlen, einen Hexenmeister in der Gruppe zu haben, der die Leute von den Glocken ranportet, denn nach etwa einer Minute, wenn alle fünf Glocken geläutet worden sind, erscheint der Rare-Mob. Und hier ist es auch so, dass ihr im Chat seht, welche Glocke geläutet wird. Also im kompletten Gebiet seht ihr die Glocke, der so und so wurde geläutet, das steht dann im Chat und wenn alle fünf geläutet wurden, kommt auch nochmal eine Chat-Nachricht, dass der Rare-Strengleis spawnt. Aber von ganz oben kommt man halt nicht rechtzeitig ganz nach unten, um dementsprechend dann den Boss zu hitten. Deswegen ist es nicht verkehrt, wenn ihr einen Hexenmeister dabei habt, der eventuell dann die Leute runterporten kann. Ich habe das jetzt mehrmals in der großen Gruppe gemacht. So, jetzt gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr den Rare alleine beschwören könnt. Und zwar, wenn ihr fünf Twink-Charaktere habt, die an diese fünf Spots stellt, schnell durchlockt und innerhalb von fünf Minuten alle fünf Charaktere durchgelockt habt und geläutet habt und mit eurem Main unten an dem Spot steht und den Rare versucht alleine umzuboxen, würde bestimmt auch funktionieren. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie stark der Rare alleine ist. Ich habe den bis jetzt immer nur in 20-30-Mann-Gruppen umgeholt. Und dann leckt es 10 Sekunden kurz mal und dann sind die Typen tot. Also, mit vielen Leuten, die umzubürsten, ist nicht sonderlich schwierig. Alleine habe ich ihn bis jetzt noch nicht probiert. Das wäre eine Alternative, wenn ihr jetzt keine Gruppe finden solltet. So, nach was für einer Gruppe sucht ihr, wenn ihr das Ganze machen wollt? Und zwar heißt der Rare hier, der Rat der Aufgestiegenen. Das wäre einmal eine Option, beziehungsweise was auch, ja, denkbar ist, wenn ihr ein bisschen im Englischen unterwegs seid. Ascended heißen die im Englischen. Danach könnt ihr aussuchen. Und hier seht ihr schon, Ascended Council, ich habe es bestimmt wieder falsch ausgesprochen, da ist schon eine Gruppe drin. Da einfach reinjoinen und ihr seht hier, Bells Up steht hier. Oh, ich bin gerade noch in einer Gruppe mit meinem Twink, deswegen kann ich jetzt hier nicht queuen, weil Ascended bedeutet, dass die Glocken aktiv sind. Und dann kann dementsprechend der Mob auch beschworen werden. Genau, soviel jetzt zu dem Vorgeplänkel. Ich zeige euch später auch nochmal, wo die Glocken sind. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns als erstes einmal das Mount an sich an. Da switchen wir hier auf meinen Twink, der hier hinten ist. Und wir können eigentlich so, just for fun, in die Gruppe rein. Hier haben wir es. Cueen wir uns einmal rein, so just for fun, dass ihr auch nochmal seht, wo die Leute überall stehen. Und wir gucken uns jetzt einmal das Mount noch an. Also wir sind jetzt in die Gruppe reingejoint. Und hier sind auch schon ein paar Leute und ihr seht, die verteilen sich jetzt schon langsam auf die verschiedenen Spots und dann können wir hier später den Rare beschwören, beziehungsweise dann, wenn man Glück hat, das Mount kriegen. Ich brauche das nicht. Ich habe es ja wie gesagt schon, hier haben wir es einmal im Inventar. Aufgestiegene Himmelsmeere heißt es im Deutschen. Die lernen wir jetzt einmal und gucken uns das schicke Mount auch mal an. Himmelsmeere, da haben wir sie. Und ihr seht, das ist ein ganz, ganz weißes Einhorn. Erinnert mich so ein bisschen an das Mount für die 100 Fraktionen. Nun müsste man mal gucken, wie da der Unterschied ist. Also das hier ist ein komplettes, komplett weiß. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt. Fraktionen. Ah, okay. Das ist aber schon sehr nah dran, oder? Also, okay. Ah, hier ist es ein bisschen bläulicher. Aber sonst sind wir schon sehr, sehr nah dran. Jetzt tun wir das andere mal aufmounten, als Vergleich. Ja, das hier ist ein bisschen bläulicher. Das andere ist wirklich fast komplett weiß. Nicht ganz. Eine kleine Note haben wir noch, aber wir sind schon ziemlich nah dran. Also wenn ihr beide Mounts euer eigen nennen könnt, könnt ihr auch mal vergleichen. Sie sind aber schon sehr, sehr ähnlich. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr, sehr schickes Mount. Und ja, mit ein bisschen Aufwand tatsächlich verbunden. Außer man joint in eine Gruppe und lootet einfach nur. Dann ist es tatsächlich nicht der große Aufwand. Gut, soweit jetzt zu den Grundinfos. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt die einzelnen Spots an, wo denn die Glocken sind. Falls ihr das selber machen wollt und selber die Glocken läuten möchtet, um dementsprechend das Mount zu erspielen und nicht nur einfach in eine Gruppe reinjoinen, so wie ich das getan haben. Und ich würde sagen, legen wir mal los. Dann fangen wir mal mit der ersten Vespa-Glocke an. Und zwar die Vespa-Glocke der Reinheit. Und hierfür sind wir jetzt hier unten bei den Koordinaten 63, 72. Dafür müssen wir einfach hier über die Brücke rüberlaufen. Dann hier das kleine, die kleinen Treppen hier hoch. Und hier seht ihr, habt ihr einen Teleporter, wenn ihr die Treppen hochlauft. Da können wir uns nämlich einmal nach oben teleportieren. Und das machen wir jetzt mal. Also ihr seht hier über die Brücke rüber. Teleporter klicken. Dann kommt die hier nach oben. Und hier nach oben müsst ihr jetzt rechts abbiegen. Und dort haben wir dann einmal die Vespa-Glocke der Reinheit. Die können wir anklicken. Und dann kommt auch hier einmal das Geläute im Chat. Wie gesagt, diese Glocken haben eine Abklingzeit von 1 bis 2 Stunden. Wenn die bei euch nicht da sein solltet, dann könnt ihr, wenn ihr einfach nur das Achievement machen wollt, auch dementsprechend ein bisschen Server hoppen, um die zu suchen. Wenn ihr natürlich das Mount beschwören wollt, dann müsst ihr halt warten, bis sie spawnen oder halt auch eine Gruppe joinen, die dieses Mount farmen möchte. Dann sind wir am zweiten Spot. Und zwar bin ich jetzt hier oben auf den Koordinaten 69, 40 am Tempel der Demut. Und wer hätte es gedacht, hier ist auch die Glocke der Demut. Und hier ist auch dann wieder ein Teleporter. Der bringt uns nach oben. Und diesmal müssen wir nicht nach rechts laufen, sondern wir müssen einmal nach links. Und dort haben wir dann die Glocke der Demut. Also hier lang. Dann einmal nach links. Und hier ist dann einmal die Vespa-Glocke der Demut. Die klicken wir einmal an. Wir haben dann auch wieder im Chat eine Nachricht. Die Vespa-Glocke der Demut wurde geläutet. Und ja, hier oben auf den Koordinaten 71, 38 ist dann die Glocke. Dann sind wir jetzt am dritten Spot. Und zwar befinden wir uns jetzt hier oben auf den Koordinaten 41, 23. Und wir müssen jetzt einmal hier rüber. Und zwar zur Glocke der Weisheit. Und dazu können wir einmal hier auf den Teleporter klicken. Also hier seht ihr, hier sind wir an dieser Plattform. Dann klicken wir hier einmal auf den Teleporter, dass wir rüberkommen. Es kann übrigens sein, wenn hier die World Quest da ist, dass der Teleporter hier nicht funktioniert. Und dann müsst ihr über die World Quest nach oben. Aber sonst sollte der eigentlich immer hier dort sein. So, dann laufen wir einmal hier hinten rum. Dann haben wir nämlich einen zweiten Teleporter. Und der bringt uns jetzt nach oben. Und hier oben müsste dann unsere dritte Glocke sein. Da habt ihr es schon am Rande einmal gesehen. Wir müssen dann nämlich wieder einmal rechts rumlaufen. Also hier hoch. Dann einmal hier rüber. Und dort haben wir dann die Vesperglocke der Weisheit. Die drücken wir. Und ihr seht, auch bei dieser Vesperglocke kommt dann hier so eine Nachricht im Chat. Wir gucken jetzt nochmal auf die Map. Hier haben wir einmal die Koordinaten 39, 20. Dort ist die Glocke. Dann sind wir jetzt am vierten Spot. Und zwar schauen wir jetzt einmal auf die Map. Wir sind hier oben bei diesem größeren Platz auf den Koordinaten 32, 21. Und hier müsst ihr einfach durch das Gebäude durchlaufen. Und hier seht ihr schon die vierte Vesperglocke. Jolialität heißt die. Also Vesperglocke der Jolialität. Und die klicken wir jetzt einmal an. Nummer vier. Auch fürs Achievement einmal abgehakt. Und auch hier haben wir wieder im Chat, dass die Vesperglocke der Jolialität geläutet wurde. Dann kommen wir zur letzten Vesperglocke. Und zwar der Vesperglocke des Mutes. Und wir befinden uns einmal hier auf den Koordinaten 39, 55. Hier nicht geradeaus zum Instanzeingang, sondern hier die Treppen runter. Und dann haben wir hier unten einen Teleport. Und zwar müssen wir hier rüber. Und da haben wir ja den Tempel des Mutes. Der wurde ja zerstört und ist jetzt die Instanz. Und hier müssen wir ein bisschen tricksen. Ihr seht schon, wenn ich hier reinlaufe, ich bin im anderen Phasing. Wenn ihr teilweise nicht gequestet habt, kann es sein, dass ihr einen Haufen Mobs hier habt. So, in dem Phasing, wo ich bin, wo ich hier tutti kompletti alles durchgequestet habe, habe ich das Problem, wenn ich hier hochlaufe, dass hier eine Mauer ist. Und zwar müssen wir nämlich da oben die Glocke anklicken. Seht ihr, Vesperglocke des Mutes. Wir kommen hier nicht hoch. Keine Ahnung, warum. Es ist ein bisschen blöd gefaced. Und Blizzard verhindert, dass wir da hinkommen. Das liegt vielleicht auch daran, dass später die Kyrien hier einen Rare Mob beschwören können. Und ich glaube, da sollen nur die hinkommen. Vielleicht ist das auch deswegen. Wir können das aber austricksen, indem wir hier hochlaufen. Lassen wir mal die Gruppe angemeldet. Hier hin, dann hier hinspringen. Ihr seht, ich bin einmal jetzt hier geblockt. Kann hier nicht rein. Lauf hier ganz nach oben. Und jetzt komme ich rum, da wo die unsichtbare Wand ist. Und jetzt kann ich hier zu der Vesperglocke des Mutes gehen. Ich mache nochmal die Map auf. Also hier oben sind wir bei den Koordinaten 33, 59. Wo müssen wir jetzt rum? Wir müssen einmal hier unten hin. Da haben wir den Port. Wer nach oben geportet, geht hier hin. Können dann hier vorbeiskippen. Hier hinspringen. Hier rumlaufen. Und da haben wir dann einmal die Glocke. Die drücken wir jetzt. Und dann haben wir auch alle Glocken aktiviert. Haben dementsprechend hier das Achievement. Schlachtruf der Aufgestiegenen abgeschlossen. Und dementsprechend sind wir hier durch. Ich lief jetzt mal der Gruppe. Das habe ich nur gemacht, um hier euch die Glocken zeigen zu können. Dementsprechend haben wir jetzt alle Glocken geklickt. Achievement eingeheimst. Und wenn ihr das Ganze fürs Mount machen wollt, wie gesagt, dann könnt ihr nicht hoppen. Sondern müsst ihr das halt dementsprechend auf euren Server machen. Beziehungsweise halt auf einem Server, dass ihr den Rat beschwört. Da braucht ihr dann aber sowieso Leute, die die verschiedenen Glocken relativ zeitgleich drücken. Gut, für das Achievement reicht aber, wenn wir auch ein bisschen Server hoppen. Und dementsprechend die Glocken dann auch auf verschiedenen Servern aktivieren. Hauptsache wir haben alle. Gut, das war es mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Soll das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr euch positiv werdet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.